Die 9b in der IGS Nordend in Frankfurt. Geschichte steht auf dem Stundenplan. Hier ist alles ein klein wenig anders, denn hier lernen Lernschwache, aber auch Geistig-Behinderte gemeinsam mit den anderen Schülern. Doch mit der hessischen Inklusionsverordnung verschlechtert sich nun die Situation dramatisch. Samara hatte große Hoffnungen. Jetzt muss sie gehen, ohne Abschluss. Ich habe sozusagen den Vertrauen zu den Lehrern bekommen. Ich weiß, dass die halt hinter mir stehen und dass sie mich fördern und unterstützen. Und so weit wie möglich halt mit mir den Hauptschulabschluss halt zu machen. Und das ist auch mein Ziel hier an der Schule gewesen. Und da hatte ich auch sozusagen irgendwie so die Hoffnung gehabt, hier kann ich es schaffen. Lehrer werden von der Schule abgezogen, Förderstunden gestrichen und die Klassen noch einmal größer. Die Zeit, behinderte Kinder zu fördern, wird knapper bemessen. Du bereitest jetzt das für die anderen vor. In diesem Buch erzählt Eugen Hamann, was er als jüdischer Junge... Vor dem Hintergrund von einem, im Endeffekt von einem Spardiktat, von einer Sparpolitik, wird eigentlich eine großartige Idee kaputt gemacht. Oder riskiert kaputt gemacht zu werden. Ich denke, dass es ein großes, großes Problem ist, dass man eine Reform, die so weitreichend ist, oder eine Vision, die so weitreichend ist, wie die Inklusion, nicht unter einem permanenten Ressourcenvorbehalt durchführen kann. Einer aktuellen Bertelsmann-Studie zufolge müssten 10.000 Lehrer bundesweit neu eingestellt werden. 380 wären es in Hessen. Kein Problem, meinen Bildungsforscher. Ja, Inklusion können wir uns leisten. Wir verlagern klugerweise die bisherigen Mittel, die wir in das Förderschulsystem investiert haben, in die allgemeine Schule. Wir müssen natürlich zusätzlich zum Beispiel Lehrer qualifizieren, damit sie mit so einer Unterschiedlichkeit auch besser umgehen können. Denn wer behinderte und nicht behinderte Kinder unterrichten will, muss sich verabschieden von alten Unterrichtsmethoden. Wie das geht, das sieht man hier in der Berliner Heinrich-Zille-Grundschule. Die Klasse ist kunterbunt zusammengesetzt. Die Kinder sind zwischen sechs und neun Jahre alt. Darunter sind geistig behinderte Kinder, lernschwache Schüler, sprachbehinderte, aber auch Kinder, die aufgrund ihres Migrationshintergrunds Schwierigkeiten haben. Die Bienenwerkstatt steht auf dem Programm. Jedes Kind macht etwas anderes, hat seinen persönlichen Lernplan. Um so zu unterrichten, müssen Lehrer nicht nur besonders ausgebildet werden, sie müssen mindestens zu zweit sein. Das kann man nicht als Lehrer ganz alleine machen. Einmal ist es von der Aufsicht her eigentlich gar nicht möglich, weil das eine Kind, der eine Junge muss zur Toilette. Eigentlich müssen beide zur Toilette begleitet werden. Sie brauchen Aufsicht irgendwie auf der Treppe, im Flur und im Klassenraum können sie nicht alleine arbeiten. Also das geht vielleicht eine kurze Zeit lang, wenn man das trainiert. Es geht mit Partnerkindern, aber eben die muss man ja auch anleiten. Und das kann eine Lehrperson nicht alleine machen. An dieser Frage scheiterte in Berlin im letzten Jahr das erste Inklusionskonzept. Schulen und Eltern protestierten, forderten für die Inklusion zusätzliche Mittel, mehr Personal, eine bessere Ausstattung. Die Schulen müssten auch behindertengerecht umgebaut werden. Diese Kosten aber, meint Schulleiterin Inge Hirschmann, lassen sich im Rahmen halten. Behindertengerechte Gebäude sind sicherlich immer so im Kopf, auch weil die Rollstuhlfahrer als erstes einfallen, dass es die Behinderten sind. Ich glaube, das ist gar nicht der große Anteil und ich glaube auch nicht, dass man 100 Prozent der Schulen umbauen muss. Ich war eigentlich durchaus zufrieden mit dem Konzept, hier Schwerpunktschulen zu gründen. Trotzdem, sogar ohne Umbaukosten. Für ein inklusives Schulsystem werden bundesweit 660 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich nötig sein. Insgesamt halte ich das für realistisch, dass man sagt, in sieben bis acht Jahren haben wir ein Schulsystem, wenn wir es wollen, politisch. Das auch für Kinder mit Körperbehinderung und Sinnesbehinderung, auch mit geistiger Behinderung, im allgemeinen Schulwesen die Möglichkeit haben, barrierefrei dort den normalen Unterricht mit den anderen Kindern ihres Wohnumfeldes besuchen zu können. In Hessen versucht man derweil, die Inklusion kostenneutral umzusetzen. Neue Stellen sind erst einmal nicht geplant. Das individuelle Recht auf Inklusion lässt noch ein Weilchen auf sich warten. Das ist eine Art von Inklusion.